Wir sind zurück! Wir haben neue Videos! Aber Michael, ich drehe keine Videos mehr mit dir. Wie, du drehst keine Videos mehr mit mir? Ja, das ist vorbei. Das ist vorbei? Ja. Nita, nicht mit mir filmen. Daike, machst du Witze? Nein. Willst du mich verarschen? Nein. Nein. Willst du mich verarschen? Nein. Zoll das ein Witze sein? Ok, ok. Alles klar. Are you kidding me? Das ist in Englisch. In Englisch. In Englisch. In Englisch. Wir haben viele verschiedene Sprachen. Wir können eine Sprache sagen. Machst du Witze? Machst du Witze? Wir haben schon schon gelernt. Machst du Witze? Es ist ein bisschen, wenn du ein Spannst. Witz ist ein Spannst. Machst du Witze? Zoll das ein Witze sein? Ja. Machst du Witze? Zoll das ein Witze sein? 這個可以放上中文, 然後差不多. 這個應該算玩笑嗎? Zoll das ein Witze sein? Willst du mich verarschen? Schauzin verarschen, 因为这里面有 Arsch, Arsch就是比较, 没有那么客气的, Arsch就是屁股的意思, willst du mich verarschen, 就是你要骗我吗, 你是开玩笑的吗, 所以 schauzin, willst du mich verarschen, 你要跟谁说呢, 你开玩笑呢, 比方说, 你跟你的教授呢, 你说, 你在开玩笑吗, 你就不要说, wollen sie mich verarschen, 但是你看, 我们这里几乎都是, Du, du, du. So, Inga, du hast es mit einem Freund gesagt. Nein, mit einem Freund kann ich sagen, willst du mich verarschen? Nein, Deike, willst du mich verarschen? Ja. 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 Willst du mich veräppeln? Veräppeln? Jetzt, ihr müsst mich veräppeln. Willst du mich veräppeln? Nein, ihr könnt ja verarschen, veräppeln. Wir haben ja eine Akkusativ. Willst du mich verarschen? Ist das dein Ernst? Das heißt, es kann ja. Ist das dein Ernst? Ernst,如果翻上中文的话,就是严肃的意思. 但是在这里,你是真的还是假的? Ist das dein Ernst? 真的假的? Ist das dein Ernst? 另外一种说法, das ist doch nicht dein Ernst,差不多一样的. 但是现在,我们本来用到一个肯定问句, ist das dein Ernst? 现在,我们就是否定, das ist doch nicht dein Ernst. 而且现在就是一个肯定句. 那,最后一个呢,我觉得蛮好笑的. Willst du mich auf den Arm nehmen? Arm就是手臂呢? Willst du mich auf den Arm? Are you kidding me? 你开玩笑的吗? Willst du mich auf den Arm nehmen? 所以你看,很多,你只配一个就可以了. 全部也可以了. 你开玩笑的? machst du olursa吗? 踊开玩笑的 但是,你要就把我试神哦 所以叫яж Daike macht Witze. Daike will mich verarschen. Daike will mich immer verarschen. Willst du mich verarschen? Daike will mich verarschen.